Berlin möchte wissen, wie haben damals die Leute in der Zeit unseres Propheten gewusst, wann sie beten müssen? Sie hatten ja keine Uhr. Zu dieser Zeit, wo es auch noch nicht so Lichter und sowas gab, konnte man ganz leicht anhand der Sonne wissen, wann man welches Gebet beten muss. Und dazu habe ich auch ein Video auf YouTube, wenn jemand das genauer interessiert, kann er sich das in Schala anschauen.